Christian August, Prinz von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, war als Karl August Kronprinz von Schweden. Er war der dritte Sohn des Herzogs Friedrich Christian. Er nahm frühdänische Kriegsdienste und wurde, nachdem er 1796 bis 1801 unter Erzherzog Karl in der österreichischen Armee gedient hatte, 1803 Oberbefehlshaber in Norwegen und tat sich dort 1808 während des Kriegs zwischen Dänemark und Schweden hervor. Dies bewog seinen Onkel, den kinderlosen König Karl XIII., von Schweden, ihn 1809 zu adoptieren und vom schwedischen Reichstag zum Thronfolger wählen zu lassen. Nachdem er darauf seinen ursprünglichen den Schweden aber verhassten Namen Christian in Karl geändert hatte, legte er am 24. Januar 1810 den Eid ab, starb aber schon am 28. Mai bei einer Revue plötzlich vom Schlage getroffen. Dieser schnelle Tod veranlasste das Gerücht einer Vergiftung und Axel von Fersen, der als Reichsmarschall die Leiche nach Stockholm brachte, fiel dabei als Opfer des Verdachts durch die Wut des Volkes. In Folge der späteren Untersuchung stellte sich die Unschuld der Fersenschen-Familie heraus. Ob aber nicht dennoch Vergiftung Ursache des Todes gewesen war, lassen die leichtfertig geführten Untersuchungen des Todesfalles unentschieden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017